Ok Leute, ich habe hier nur schlagartig Schluss gemacht, hab ich ja die Gaming-Engineers. Und Kreuztreffer. Gehst du auch endlich hin? Nein, also. Bam! Voll die Fiestgegeben, Mann, Barry. Ist genauso hart wie Kitschko. Egal. Und wenn nicht? Nur keine Schande. Jo. Ich sehe hier gerade blöderweise, ich habe eine Wespe bei mir im Zimmer. Okay Leute, das wird mir zu gefährlich, dagegen sollte ich was unternehmen. Voll erledigt, bin auf den Kopf drauf gestiegen, kann also nichts mehr passieren. Und ich bin sicher gegangen, dass das keine Biene ist. Nee, nee, das war schon eine Wespe, keine Sorge. So dämlich bin ich dann doch nicht. Ja, da lebt doch bestimmt der Typ, der hier... Ach so, der ist nicht mal hier drin, oder? Okay, gut. Gut, 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 gut. Umso besser. Umso besser. Komm mit mir. Komm. Oh, und da vorne gibt es wieder irgendwas. Na ja, so schlecht ist es jetzt nicht. Endlich mal nachladen. Ja, viel kommt ehrlich gesagt nicht mehr. Es ist jetzt original noch den Turm hinauf, hinten in die Garage rennen, durch den giftigen Kerker und dann sind wir fertig. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Ja, jetzt sind wir im giftigen Kerker. Nee, ich habe sowas von keinen Bock drauf. Ja, gut, durch diesen Hinterhof müssen wir auch noch... Das muss der Eingang zur Miene sein. Barry, da ist eine Anlage, tief unten. Ich glaube, da finden wir sie. Kommt deine Erinnerung zurück? Es ist schwer zu beschreiben. Ich erinnere mich nicht. Aber es fühlt sich an, als war ich schon mal hier. Na, ist schon gut. Diese Sachen brauchen Zeit. Zwing dich nicht. Ein halbes Jahr Hinweisen nachjagen. Ich höre erst auf, wenn ich alle Antworten habe. Also hier scheint es nichts zu geben. Ich schätze auch nicht, dass wir hier sonderlich weit kommen werden in dem Part. Damals habe ich, äh, also von jetzt an noch vier Parts gebraucht, vier volle. Da bin ich aber schon durch die Minen gedonnert wie in ihrer. Ja, und jetzt? Ja gut, andererseits, da war ich bei dem... Absturz von Barry ja auch schon bei Part 30. Also so langsam geht es dann doch nicht. Irgendwas war hier, was wir nicht voraussehen konnten. In den Minen gibt es keinen Endgegner. Soviel weiß ich noch. Die Minen gab es... Äh, und finde Müll. Hier ist keine Werkbank, leider nicht. Okay, gut, da geht es nur wieder zurück. Da ist sie, das ist in Ordnung. Ich will mal wissen, was kann... Ach so, geht gar nicht. Kann ich mit dem... Mit der... Waggon... Abteilung da da was anfangen? Nö, kann ich nicht. Sie hochschicken, ist auch nichts. Äh... Äh... Äh, ja, und äh... Find noch mal Mist, ja, genau. Verarschen wir noch mehr. Hä, was mache ich hier überhaupt? Hallo? Moriton? Hm. Okay, also jetzt... Komm ich nicht mehr mit. Ja, ich kann auch an dieser, äh... Waggonabteilung hier vorbeilaufen, oder? Versperrt mir ja spätestens die den Weg, oder? Ach so, nö, tut sie nicht mal. Tut... Als ob. Ich jage ja eigentlich nicht diesen blöden Teilen nach, aber... Wenn sie schon so rumliegen, üh, dann nimm es mal mit. Und da hätte es doch eine Leiter gegeben. Ich packe es nicht. Also... Ich hasse das Minenlevel. Okay, endlich da. Weil... Du hast da... Oh, das ist ein Schleif. Ich dachte schon, das ist... Oh, das ist ein Schleif. Ich dachte schon, das ist... Ich dachte schon, das ist... Wir werden damit gemeinsam auf... Mö... Ach so, wir sind ja schon da. Ja. Man wird es vielleicht nicht sofort bemerken. Hm, GWM-Munition. Und da... Okay, also hier bekommen wir den Hinweis, dass die Mine verseucht ist, also Gift. Gas weicht aus, zumindest in den tieferen Ebenen. Höher gelegene Positionen sind egal. Also ich kann euch ja verraten, wie es geht. Volle Pulle durch. Okay. Okay. Einfach kurz wieder nach oben. Dann färbt sich der Bildschirm wieder ein und dann weiß man halt, ja, jetzt ist es wieder in Ordnung. Aber das ist extrem schwierig. Vor allem, dass der Einschätzungsgrad, den muss man hier wirklich beherrschen. Okay, mir geht die Zeit aus, hallo. Ja. Geht schon wieder. Stürmgewehr-Munition. Hm, fast zwei Magazine. Okay, gut. Gut. Ich kann die Arschlöcher hier Gott sei Dank auch hierher locken. Kaboom. Natürlich. Einer bleibt hinten stehen und wartet. Kannst du mal sterben? Danke. Danke. Okay. Was macht dieses Ding eigentlich? So. Klasse. Scheiße! Ja. Und nicht nur das. Luftprobleme auch noch. Ich bekämpfe sie lieber von hier aus. Das ist mir lieber. Ist zwar das ärgste Kämpfen, aber Leute, da unten ist Gas. Ich würde auch empfehlen, versucht nicht zu viel Zeug zu holen, es zahlt sich nicht aus. Es ist auch eine riesen Empfehlung meinerseits, es hat einfach keinen Sinn, lange zu bleiben. Zumindest würde mir kein Sinn deswegen einfallen. Das ist das Blöde. Jetzt sind wir im zweiten Abteil. Komm, es geht immer noch tiefer und tiefer. Und sie ist da. Ja, und ich weiß auch wo sie ist. Finden wir einen Weg nach unten. Ähm. Oh. Ich weiß nicht, irgendwo an den Wänden, hier war auch ein Turmemblem, aber das... Ja, das Problem war, dass ich es einmal schon durchgespielt hatte und deswegen ist es hier gespeichert geblieben. Desinfektionsmittel. Werkbank. Gewehr-Munition. Gut. Oh, warte mal. Wieso geht das nicht? Hm. Hat das schon eine andere? Jo. Egal. Um das geht es gar nicht. Ich brauche wieder meinen Sniper. Um das geht es mir eher. Lift-Aktivierung. Dieser Fahrstuhl könnte uns runterbringen. Das ist ein Ventilationssystem. Wenn wir es zum Laufen bringen, beseitigt es vielleicht das Gas für uns. möglich wäre es, aber ob das so einfach gemacht wird? Hm. Naja. Strom. Könnte schon gehen, ja. Ich frage mich sowieso, woher bezieht die Insel bitte den Strom, den sie braucht? Solarenergie wird es nicht sein. Windkraft? Hm. Vielleicht. Wasserkraft? Könnte hinhalten. Wartung? Null. Häh? Oha. Oha. Nur so töten. Mann, wieso leckt das hier so hässlich rum? Okay. Kannst du vergessen. Mach's von oben. Und alle toll. Okay, ihr seid nicht wirklich tot, oder? So, da hinten versperrt uns der Shit den Weg. Den müssen wir, glaube ich, beseitigen. Also man merkt doch, dass der Ton irgendwie getrönt wird. Hier kann man kurzzeitig seine Luftreserven wieder auffüllen. Es wird halt kontinuierlich immer schwieriger. Komm schon, schieb! Schieb! Noch ein bisschen weiter, passt schon. Also man kann es wirklich sehr weit mit dem Gas auf die Spitze treiben, aber will dich nicht empfehlen. Kitty, du stehst im Weg. Kitty. Perfekt. Das war jetzt original nur für Munition. Toll. Weil noch weiter kann ich die drei Sine ja, glaube ich, nicht reinschieben. Ja, oh ja, ich könnte sie bis zum Anschlag reinschieben. Das bringt aber in dem Fall nix. Wir müssen da rein. Und zwar, da drinnen befindet sich der Ventilationsschacht. Och nö, Sackgasse auch noch. Das wird knapp. Was macht er denn? Schieb! Noch ein Stück, noch ein Stück. Okay. Aus. Lagern. Hoch mit dir. Wenn der Nebel weiß wird, dann könnt ihr das vergessen. Dann müsst ihr sofort wieder raus. Kacke. Ich dachte mir gerade, hier wird das Gas vielleicht auch noch weniger. Okay, also wie immer, wer es lesen will, der möge das Bild anhalten. Er wird auch schon ganz schlecht. Also sie ist da sehr empfindlich. Ja, Barry rennt mal erst mal gegen eine Mauer. Okay, scheiße. Es muss Munition sparen. Der Kerl muss weg. Und zwar Schnellstens. Ich habe zwar keine Ahnung, was man... Oder wofür der gut sein soll. Mann, Mann, Mann. Hier ist ein Ausgang. Okay. Ich glaube, den musste man sogar finden. Das war hier das eigentliche Ziel. Das ist wieder Gewehrmunition. Und da drüben ist Sturmgewehrmunition. Sehr schön. Egal. Noch so ein Vieh. Okay. Okay. Danke für die Hilfe. Okay. Vergiss es, das Vieh parken wir nicht. Zumindest nicht mit den vorläufigen Items, die wir hier haben. Da wurde eh gespeichert. Also somit habe ich die Rege. Gamer Ingenieurs. Ich werde das Spiel beenden. Ich habe keine Lust mehr. Ich werde das Spiel auch schwingen. Ich werde das Spiel beenden. Wenn ich mich für ein Thema b Successj